Und go! Los gehts! Erste Runde Chaos Sumo. Neues Game. Mal gucken, ey. Oh, ich war voll knapp. Oh, nun kommt er zuerst. Das war echt knapp. Hey, du bist draußen. Daddy ist draußen. Miggi Sumo. Ne, Teddy war zuerst draußen. Die hat mich dann rausgekickt. Ja. Boah, ist das knapp? Das ist Trunk jetzt, ich war's raus. Raus mit euch, los. Wir machen drei Runden, würde ich sagen. Ey, ich muss alles laufen. Leider. Ah, ich hab euch mal raus. Jaaaa. Oh Gott, Miggi ist raus. Sarah ist doch auch raus, oder nicht? Ne, ich stand nur an der Linie. Die hat's rausgeboxt. Ich glaub, nun, jetzt haben Vorteile irgendwie. Ich hab' Strong und Miggi rausgeboxt. Ah ja, stimmt. Keiner. Ah, jetzt war Sarah eigentlich fast schon draußen. Boah, schon wieder urknapp in der Linie. Oha, die scheiß Wildhunde. Ah, lass mich! Die Wildhunde! Ey, lass mich mal laden. Gib mal den Tippen da. Gib mal den Tippen da. Gib mal Lame. Sarah ist raus, jetzt heißt's. Ah, lass mich! Kai. Ach du, Kai. Ey, bei mir verlieren alle Duell auf einmal. Bei mir auch. Zeit ab. Ich fordere euch nochmal da raus. Ist echt knapp. Ich war Kai, lass mich! Macht doch gar nix. Das war mein Charakter. Boah, was ist denn da für eine Charme hier? Hübsch, war gut abgelenkt. Ah, das wird echt... Jaaaa! Nein, nein! Kai ist raus. Boah, Kai, du Mist-Sau! Kai hat die erste Runde gewonnen. Nächste Runde. Warte, wir müssen erst wenn wir alle zustimmen. Ja. Also wenn... Wenn alle Ninja spielen und alle 5 machen Fähigkeiten, stelle ich mir das auch witzig vor. Glitzangriff und Tarnung. Frash, äh... Grypt. Ach so, das ist schon ein anderer, oder? Jep. Und selbst Intervalent. Ja, guck mal, da kommt... Was spielen denn die Chaos-Bruder Neues, gell? Schade. Eigentlich muss alle in Chaos-Bruder Mini oder so machen, damit das alles hinkommt. Das sind neue Gildergründen, die heißt Chaos-Bruder Sumo. Hehehehe. Hehehehe. So. Hehehehe. Hehehehe. So, so hab ich jetzt mehr. Sag mal, da kommen ja plötzlich alle und wollen zugucken. Pina Colada Boy. He, wir fangen ja schon wieder an. Nee. Ich hab' die Raufe. Du Raufe? Mit dir? Oh, hör doch mal auf jetzt! Aber ich kann einfach die Finger nicht von dir lassen Moment Oh je je Das gehört irgendwie zum Text dazu Sind jetzt alle soweit Ja Dann go Mir tut leid, wenn Pratt mit dem Laufe Nein, nein, jetzt haben Eckvorteile Ah, ist echt ein geiles Spiel Oh oh Doch, raus, haha Komm, alles Ein Fliegengewichtskick Rennen wir wohl fast draußen Oha Ihr habt Vorenteile, ihr seid ja auch fett Oha Na, Miggi Nein, auf der Linie Also ich guck das genau nach Oh, fett so, Miggi ist raus Oh, fett so, Miggi ist raus Ach, vielleicht Ah, so knapp Nein Und Kyla ist raus Oh Mann Strong, ich hasse dich Ich lieb dich, du hast mich vorhin auch ausgeworfen Ja Du hast zu weit mit Miggi Ähm, wir brauchen ein neues Duell, Teddy Ja Kurze Pause Die ersten Wettel auf der Didya Teddy, du fliegst schnell raus Pass auf Oh, raus Alles raus Ich hab gewonnen Ok, noch mal eine Runde Ja Na, was machen wir denn heute schönes als Gewinn Na, was machen wir denn heute schönes als Gewinn Sonst spielen wir halt mehrere Runden, das macht ja nichts aus, das geht ziemlich schnell Das war Spaß, das ist voll das gute Event Gut, äh, alle wieder Duell Jetzt ist noch nichts abgelaufen Da können die ersten machen schon, schon Wetten auf jemanden Ja Ja, der Einfall war nicht schlecht mit dem Event So Ok, dann alle wieder Duell Ja Und dann Go Ja, aber es wird besser, als ich gedacht hätte Ah, ich kann nicht mehr Warte, Alter Warte, Warte, Warte Warte Oh, shit Oh, shit Oh Einer Chaos, Sumo Strongest ist fast raus Zara ist raus Zara ist raus Teddy ist raus Nee, der Teddy ist doch drin Oh, ich hab den eben da rausgeboxt Nee, eigentlich der war nicht drin Perfekt in der Mitte zu stehen Da boxt man sich Nee, der war noch in der Mitte Keila ist noch drin Micky wird rumgeschubst Oh, Scheiße Oh, oh Wiggy raus Wiggy raus Fett Sumo ist auch raus Oh, H immer auf Seite Oh, guck mal, der kommt immer noch beleidigt Oh, H 50 auf Ninja Strong Oh Schau wieder raus Strong hat schon zweimal gewonnen Er hat's voll drauf Mhm Heimlich geübt, hä? Drei mal Er hat's mal auf Strong, damit wir schon wissen Nee, Zara, wir haben sich nur auf Achso Ich wollte ihn als Strafe eine reinhauen Okay, so, dann machen wir noch mal eine Runde Und? Weg mit deiner hessischen Show Das ist aber irgendwie lustig, der Scheiß Ja, ja, ja Ich will dich aber jetzt bestrafen Pfff Hahaha Ist ja öffentlich, ja? Er macht's heimlich Entstehlich Ja, sein Fetisch ist ein bisschen besonders Ja, meiner ist auch besonders Ich geh auf der Pflege Wir gehen jetzt alle auf Strong, gell? Alle auf Strong, gell? Irgendwas bleibt uns Genau Jetzt hat sie die Feindschaft gebildet Alle gehen Strong Solange ich gewinne, ist mir egal, wer wir gehen Es kommen immer noch mehr was Was gehen da los? Was gehen da los? Du wollen die alle nicht gehen, oder was? Pfosten Ich bin neu hier, mir ist langweilig Dann such hier einen Job Achso, da ist Sensei Topit Der hat mich vorhin angestiegen Es geht's los? Na, die Wildhunde sind wohl eher die Gegner Nein Der weg läuft daran Wir gehen alle auf Strong Au Und Ist alle Duell? Ja Bis jetzt? Ja Dann, go! Komm alle weg, Haut Alle aufs Erstmal muss ich die Starken rausbekommen Oh man, ey Das ist genial, das Spiel Oh, Vicky? Sorry, Schatz Was? Oh Micky steht jetzt nur noch Abscheid Und wir lassen ihn mal kämpfen Gehst du jetzt mal aus Strong? Hä? Oh, Teddy, das war noch Lidye Oh, Zahn auch Lidye Teddy, oh Teddy ist raus Komm schon Kai ist raus Kai ist raus Der ist doch gelaufen Der ist doch gelaufen Der ist doch gelaufen Tja, man muss sich halt was überlegen Tja, man muss sich halt was überlegen Oh Lass mich Na, das war schon fast raus Kann man sagen Gar nicht Ich bin auf der Linie Ich bin auf der Linie Oha, da ist voll Oha, Schätzle, lass Xara jetzt Oh Jetzt hat Oh Lass mich schon zu, Schätzle Jetzt muss Micky verlieren, weil ich sonst schon kein Gentleman Oha, Schätzle Oha, Schätzle Oha, Schätzle Ja, Micky, du machst dich ernst, man sieht's Oh, Micky ist raus Oha, Schätzle Er antwortet schon gar nicht mehr Das war ein echter Gentleman, Micky Ja, aber echt Der Gewinn ist trotzdem einer Egal ob sie gewinnt oder ich Statt Tag Hahahaha Gut, jetzt haben wir noch Micky Der leider rausgeflogen ist Okay, dann machen wir nochmal eine Runde Oh, Leute Das ist doch geil Ja, wir müssen ein paar Ein Gilden Event müssen wir schon Mal ein bisschen mehr machen Kriegen wir voll hier Ja, und die ersten Die machen uns schon Wetten Die machen uns schon Wetten Genau Leute, gucken schon zu Ich hätte zwar nie erwartet Dass da jemand zuguckt Aber witzig Dieser Cripteck will Stress mit mir Nö, der will Teddy Ich wette jetzt Ey, ich kann nicht so Wetter auf dich Die ersten Wetten Alle Duell Ja Ja Immer noch Okay, dann go Oh shit Der Teddy, der steht immer weit außen Ciao Oh man Ah, Strong hörst du auf? Oh du Arsch! Alter ist draußen Ey ich mach wieder Duell mit Miggi und Sumo Fett Sumo Ich mach mich schnell in Kaffee, ja Und Ich brauch mit den anderen zwei noch ein Duell Warte, warte mal kurz Warte, warte mal kurz Warte Slang, warte So jetzt, habt ihr? Ja Uiuiui Mal guck Ah, wie die mich alle klappen Sarah steht hier Oh Ey du bist nicht draußen Kyle ist eigentlich fast draußen Ja Draußen nicht entfernt ich Ne, bestimmt nicht draußen Aber nächstes mal wenns knapp wird Strongest Ja, jetzt ist draußen Miggi Nein, nein, nein Ich bin draußen Miggi Ey Miggi war doch auch schon draußen Nein, Miggi hat gewonnen Juhu, schau mal Obwohl er vorher schon draußen Er stand mit mir draußen Okay, dann hab ich verloren Ja, dann hat Sarah gewonnen Na, da müssen wir nur ein bisschen failen Wie man das macht, denn wir urteilen Wir müssen vielleicht vier Geld draußen mit Binnen Besser gucken Ja, wir müssen vier Geld und Rattel wieder hinstellen Als Pfosten und die müssen genau gucken in eine Richtung Ne, jetzt werden wir es mal so Wer einmal auf dem Ring fliegt, ist raus Ja Wirklich also Schau mal Auch wenn ich ihn jetzt da schlage Gehe ich auch automatisch gut raus Nein, nicht rausgehen Ey, geht's los? Nein, nicht rausgehen Sondern direkt Okay Nein, drück drauf Guck mal, 500k Ja, guck, die ersten Zuschauer wollen schon mitmachen Ja, natürlich, hab ich grad auch schon gesehen Ich hol das Ding 3k setzt man auf mich Ich geh mit Absicht raus Okay, Timo, fang mal an Ja, gut Nein Anfangen Niki, du bist besser dran Okay Kai Schraus Ey, wenn du musst du auch raus Ja, Kai Schraus Boah, ihr fangt an, wenn ich am Rand stehen Ich muss nachher mal auswärten, wer überhaupt alles gewonnen hat Ich muss nachher mal auswärten, wer überhaupt alles gewonnen hat Ich muss nachher mal auswärten, wer überhaupt alles gewonnen hat Also ich hab zweimal Ich einmal, weil Miki mich gewinnen gelassen hat Ich einmal, weil Miki mich gewinnen gelassen hat Hey, 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 wer ist grad dazugekommen? Miki und Miki, du bist dazu gefahren Nö, klar nicht Wieso willst du nicht bei den Chaos spielen dabei? Mensch, Mensch, Mensch Danke Danke Miki ist auch fast rausgetät worden Ah Nein, nein Ich bin drungen raus, oder? Ja, jetzt ist er draußen Ich bin drungen raus Ich bin drungen raus Ich bin drungen raus Ja, komm, lass uns ja halt mitspielen Mal in ein, zwei Runden zuschauen Boah Ja, auf der nächsten Runde dann, ne Ja Darf ich das ankündigen? Nein Ja, aber dann müssen wir Preise sofort geben, oder nicht? Halt wird's die anderen sind Ja, das ist halt so zum mitmachen So Die Preise werden ja bei den Leuten oder der Gilde geschehen gegeben Ich hab noch dazu mit Level Einsatzer Aha Ah Scheiße Wie geh ich raus Oh, schnell Oh, geh weg Xara, lass dich Jetzt ist ein Bitchfight Oha Oha Oha, Xara Und Kaela ist draußen Nein, Xara ist draußen Nein, ich war noch nicht draußen Bist du nicht rausgeflogen? Oha, Scheiße, ich hab Grafik bug Oha Soan, weil ich nix gesehen hab Ey, wenn jemand irgendwie... Äh, vor der Stadt Vorschalten Level 1 bis 14 schau Ja, nur aus dem Fischling, geh mit Ja, vor der Stadt, oben oder unten Blaue Oder ist's oben? Oben ist's genau Äh, das ist unfair Äh, das ist unfair Nee, einfach nur, geht Dennis 2, mit 1 Ja, in Richtung, mit 3 Ja Ja Au, was heute Na, 1, was soll ich nicht Na, 1, was soll ich nicht Na, 1, was soll ich nicht Schätzle, du musst die Larry 5 auch annehmen Die noch gar nicht Ja, ich bin doch schon dabei Die Arme Ey, die soll nicht schon dummklappen Ey, du, ey, wenn ich die Ruhe Lass dir als erstes rausklappen Krass Füll dich zusammen, halt Also ich bin dafür, weil ich wette dir Ich geh auf die Fünfer Ich geh auf die Fünfer Trotzdem geh ich auf die Fünfer Ja, auch auf die Fünfer Ich hab dir ein Schwert gegeben Und viel Gang Ey, verzorg' Alle bereit? Nein Amina Raus Schätzle So, raus Kannst du mir auch so sagen Seos kommt noch dazu Schätzle Schätzle Ja, mit Level 1, Schatz Die ist aber Level 5 Ja, die klappt auch jetzt Das ist Wursch Kann man eh nicht Das ist großartig schummeln Ja, wir kloppen die einfach als erstes raus Die kickt mich doch auf die blöde Kuh Guck Die hat Micky ja nicht angemacht, Alter Sei doch nicht so eifersüchtig Schatz 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 Boah, wer fragt mich hier alles an Ivo Jo Warte noch, warte Ja, es kommen vielleicht noch ein paar Erstmal noch die Wildhunde entfernen hier Oh ja, dass man sich in jeden Chat in den Rufchat schreiben kann Ja gut, aber weißt, da kommen dann wieder so Leute, die wieder vorbi-los sind Ja, bis dahin Du, ich fang jetzt an Nein, darauf hätt noch nicht Warte Der Scooby-Doo will doch noch mitmachen Woher kommen jetzt plötzlich die ganzen Wildhunde? Einer hat nen Tapfe gezogen Einer hat nen Tapfe gezogen Ich will nicht da gut Das wäre noch so ein extra Weißt, wenn Wenn dann plötzlich so, dann lauf ich so rein Flammenkönig Oh, ist der unfair Oh Alle die sterben sind raus Das wäre doch so ein Hardcore-Modus Vielleicht braucht man vielleicht ein Spezial-Event noch Mach der Scooby-Doo Mach der da auch mit Nö, mit rein geht er da weg gehabt Ich hab jetzt ganz oft gerufen Ja, Schleif geht los Ja, da fehlt ja noch einer Ja gut, dann machen wir ganz kurz Pause jetzt Da hin Da kommt doch Mach eine Duell auf den Ohpala Ohpala Ich muss noch weiter auseinander gehen, damit er uns anklicken kann, Leute Ohpala Na, wir hätten noch Chaos-Bruder irgendwie hier reinbringen müssen Geil, ich hab mich freuen Es ist aber logisches von uns ist Divo Jaja, klar Wir machen das Event als allererstes hier Copyright Grau Sumo Ok, von mir aus kann's los hier, ich hab alle Gut, dann geht's los Ohpala 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 Wie das aussieht Ach, scheiße Ich bin fast draußen gewesen, aber ich war noch nicht Bibel Jetzt wird's echt schwer Ich bin auf den Fünfer Dem Gewinner kannst du ein Segel geben Ich seh die noch nicht mal Die steht da hinter dir Ja, das machen wir so Das ist Micky hinter mir Nein, da war grad die Fünfer hinter dir Nein, da war grad die Fünfer hinter dir Ja, da ist sie Ja, ich seh das doch Ja, okay Dann geh doch auf den Weg Geh weg Geh weg Geh weg Ich mach das schon Ich mach das schon Kommt alle auf die jetzt Nein Ey, die ist draußen Ohpala Die Mühe ist draußen Lager ist auch draußen Oh, ha? Kai, wir müssen ein Duell machen Ja, wenn du Zeit hast, du fliegt Dann waschen wir Dann waschen wir Hör auf Cyber ist auch draußen Ey, bin doch nicht draußen Da, du bist Du war traurig Mate, VK, eigentlich raus Oh, was ist draußen Jetzt bist du, was draußen Wegfliegt Was ist los? Medi, die knapp Ja, aber echt Ich ise Seit manchen konnte Kartoffeln fliegen Ja, im Ja, der kann ja Das war mit dem Oder was? Au! Achso, weil der Ballflift getonnen Einfach raus Das ist strong Geht mal auf den Fett Sumo Der ist fett genug, brauchst du ja nicht noch mehr? Hast du nix gelernt? Hey Micky, wir brauchen ein Duell Ach, ich und Dingsmiss auch noch Flüchel durch kann man sich schnell bewegen Fahrer raus Geil, wir haben wieder einsammeln Fett gereicht Fett sumo Fett sumo, ich brauch ein Duell Micky Dann machen wir kurz Pause Ja, ne Das war knapp Ja, das war knapp, aber... Kein Hilfe, kurz Pause Warte, Kai komm her Ja, ich hab da schon eine Frage Ja, ich hab da schon eine Frage Hörst du ja, was ist denn los mit dir? Ach, das war jetzt geilstorm Und ich hoffe, ich hab den Ausbruch Schäfle, geh doch mal weg, ich kann den nicht kicken Hallo, kein Teamwork hier Komm, ich kann mich niemanden Micky, lass uns die fertig machen, scheiß auf dich Ich geh dir gleich weiter Wie soll immer alle gegen mich? Guck mal, ich klappen alle drei auf mich ein Wenn du nicht wegfliegst, Alter Ich dachte, ich bin ja der Fette Ich bin der Stärkste, das ist das Problem Ey, Keiler, wir brauchen kurz Dinger Ja, wir brauchen Dinger Warte, Pause, 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 Pause Ich brauch mit Micky Duell Und Strong Immer diese Pausen Okay Ich bin mal in der Mitte, jetzt flieg ich nicht so rum Alter auf den Flick rum Oh, Strong raus Ey, wieso raus? Teba, hast du's gesehen? Ja Ich war genau auf der Dinger Alter Strong Nein, du bist strong ist raus Ja, okay, dann geh ich auf die Dinger Komm, Micky, wir gehen auf Kai lang Oha Schätzle, wir gehen auf Kai Ohhhh Du hast keine Chance, Kai Oha Schätzle, du bist bei mir unsichtbar? Wo bist du? Kai mal sicher, du hast keine Chance Los, Kai Los, Kai Ohhhh Das war noch Linie Kai war draußen Das war nur noch Linie, oder? Nein Ich mein, das war draußen Wir brauchen mehr Schiedsrichter Lisa Das war auch noch Linie Was hauen die uns wieder rein? Jetzt bin ich draußen, ne, bin ich nicht Ne, bist du noch nicht Ohhhh Nein, ich glaub aber wirklich, Ninja Die schlagen zwar schnell, aber die schlagen nicht weit Die schlagen gar nicht weit Aber jetzt ist Kai da draußen Keine Gell? Ja, die ist draußen leider Das ist sogar ich Also ich hab's nicht gesehen, dass die rausgehen Das ist sogar... Ach egal, ich geh raus Ich hol mich immer wieder zurück Oh, mir geht mir Ganz knapp, der ist ja auch Der ist ja raus Der Kai hat trotzdem gewonnen Komisch Machen wir noch ne Runde? Ja, machen wir noch mal ne Runde Ich hab die ganze Zeit segendes Leben gepottet Lol, wer ist denn Isabella? Ich hab auch ganze Zeit segendes Leben gepottet Eure Isabella Mach das nicht zu oft, sonst kriegst du raus Ich weiß Raus Scheiße Dara könntest du mich sein durch herausfordern, bitte Ich schlag dich gerne Dankeschön Da geht's los? Nein Nein Was klappen die dann immer rund? Die schlagen immer mich die Protzen hier Oha Ich mein ja nicht dich Oh shit, war das knapp Ey, Linie Oha Oha, sag mal Teddy Aber da brauchst du echt ne neue Taktik Ja, Leute Jeder steht an einer Seite Ja Jeder steht an einer Seite Ja Ja Aber dann brauchst du richtig viele Leute zu kaufen Mail verkauft, oder? Ja Aber wenig Schinks machen die Leute, wo außerhalb sind auch gut mit Ja Ah, ich bin draußen Scheiße, ich hab keine Posten gehabt Hä, war ich draußen? Ey, du weißt nicht wie man das werten soll Halt, ich meine ich bin nicht Ich war auf der Linie und bin wieder reingezogen worden Du warst draußen und bist wieder reingezogen worden Auf der Linie bin ich wieder reingezogen worden Ja, zweimal bist du einmal, wenn ich hier so auf die Linie komme Boah Aber der Tobit macht's richtig Der weiß sofort, der muss schlagen Sonst bleibt er nicht stehen Ja, Tipo, soll ich jetzt rausgehen oder bleiben? Bleib drin Halt, ich würd schon rausgehen, wenn ihr wollt Nee, bleib ruhig drin Du, ich kann auch mal versorgen und sowas Ich wusste halt nicht, wenn ich was treffen sollte Oh, schau dir das war Ich war's auch extrem knapp Sarah gerade auch wieder extrem knapp Ja, dann bleib drin Boah, Scheiße Tom noch Tick Weg da Weg da Miggi Wo Miggi? 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 Ooooooh Ey, Lager, du bist raus Ich auch Keiner ist auch raus Ich schau Miggi noch raus Lass mich doch mal raus Okay, ich bin wieder drin Wir freuen, dass Lager raus ist Habe ich ein Stück Das, ich bin noch drinnen Ja, aber du kannst nicht aufstehen Wenn ihr weiter haut, wirst du immer wieder zurückgezogen Das ist ja das Ich kann nicht mal weglaufen Sarah, rein rein raus Ach, Fretz, du Mann, lass dich in Ruhe Ich bin schon raus, hau ich nicht Ich seh's schon nicht mal, wo bist denn du? Vor dir Oha, der ist unsichtbar bei mir, geh weg Hä, ich steh neben dir Du bist unsichtbar bei mir Warte, ich hau dich mal rein Aber, ah, du Mich haut ein Geist, aah Ich werd den Film machen suchen Oha Ich werd den Film machen suchen Ich werd den mal duschen suchen Da wo ich arbeite, kannst du hinkommen. Wo arbeitest du? Ah, jetzt seh ich dich wieder. Da, Frische. Achso, ja, endlich. Kann ich nicht mehr verfolgen. Los, Pfeil rauskommt. Und BG ist raus. So sehen Sieger aus. Lalalala. Da werden aber heute ne Menge Seelensteine verballert. Verballerts. Ich bekomm schon zwei. Aber gebt heute die Runde aus. Das letzte Mal, dann hör mal auf. Ja, dann haben wir schon 30 Minuten Videomaterial. Ness schreibt das noch dazu, letzte Runde. Stimmt. Dann nimmst du überhaupt auf, was wir sagen? Ja. Oh nein. Nein. Ja, dann hätte ich nicht so rumschreien sollen, denke ich. Den hätte ich glaube ich nicht Huren in der Sollerarbeitswurst. Schlampe. Oha. Oha. Entschuldigung. Du bist jetzt angeht. Z. Ah. Moment. Ich kann schon. Ah es geht los. Oh ja. Z. Na ja. Na ja. Miggi's raus. Bist du tot? doch im ich war hier also du meine schläge waren zu hart dann kommt Teddy leider raus Miggi nein das ist echt nicht heute den Tag weil du wusste was raus ich bin nicht raus wo kommt du bist nicht raus ja bei mir bist du drauf gestanden ich hab mich grad das klingt vom Ball eh mir geht raus ganz schön Ui da gehts ganz schön ab ich kann gar nichts mehr Sarah ist leider raus Wie willst du? Kyler 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 Cyler sie kommt Die schweb Duke du bist des n Kyler she cin j Aargh Schau den Fett zum Motor Lager das packst du Kopp Achso der ist gar nicht in TMTL Nee das fang mir Das ist der Einer Parks ist ein Stressor da Du ist auch wenn Choosenwann dabei rumhaut Die fang nicht in XXLV1 Aargh mein Internet denkt gerade voll Jaaa Go Xara! Go Xara! Go! Go! Nein! Bendis Oha Xara ist raus Fettzummer 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 Ja Gut Jo, dann hätten wir's Bro Kling Keine Echtnamen Die Wildhunde waren schuld Tja, da gucken sie Hehehe Und jetzt gibt's noch Wildes Klopp Dbär Die Wildhunde cheaten Hehehehe Dann Machen wir irgendwann das nächste Stück Juuu Juuu Vielen Dank.